Hallo, 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 hier ist wieder Schoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Ich bin der Saschi und das ist der... Hallo, Marc. Marc. Ja, und wir reden heute über den 28. September. Heute am 28. September hat Geburtstag Jennifer Rush. Kennst du? She's my destiny, it's hard to see. Ich mach mal Jennifer Rush-Fan. Kannst du aber nicht aussprechen. Nee. Jennifer Rush-Fan, echt? Kennst du auch das Lied? Früher als Kind. The Power of Love, kennst du das? The Power of... Nee, das ist... Nee, ähm, doch. Nee, The Power of... Das, was du gesagt hast, ist immer anders. Nee. Ach. Ja, ja, von wegen Fan. Doch, doch, doch. Ich hatte dieses Album. Kennst du das Lied? I Come Undone? Kennst du nicht? Ja, siehst du? Doch. Genau. Und You Are My One and Only? Nee, mach weiter. Gar nichts kennst du? Ich war Fan. Ein Lied. Naja, komm. Ehrlich. Am 28. September haben wir aber auch noch etwas, was du noch vortragen wolltest. Nee, ich möchte es einfach nicht sagen. Ja, jetzt hat er keinen Bock mehr. Ja, ist so. Ja, am 28. September 1960, Senegal und Mali werden Mitglieder bei den Vereinten Nationen. Respekt und Anerkennung. Ja. Gut gemacht. Senegal und Mali, 28. September 1960. Und am 28. September, Achtung, am 28. September 1924 gelingt den US-Amerikanern Laurel H. Smith und Eric H. Nelson der erste Flug um die Erde. Hört sich schon mal weit an, aber Achtung, 1924 war das ja noch nicht so mit der Fliegerei und die haben diese Reisestrecke, diese 42.398 Kilometer, haben die zurückgelegt in 57 Etappen. 57 Etappen? Ja, also die sind nicht durchgeflogen, sondern sind in 57 Etappen, sind die einmal um die Erde, im Prinzip per Anhalter sozusagen und haben dafür 106. 76 Tage gebraucht. Okay. Ja, was soll ich dazu sagen? Ja, damals war das natürlich ein Riesending, aber heutzutage denkt man... Wenn man gewisse Details weglässt, ist das auch ein Riesending. Also, denen ist auf jeden Fall die erste Umrundung der Erde gelungen, 1924. Das haben wir jetzt gelernt und jetzt könnt ihr rausgehen und könnt das angehende Wissen auch weiter daran können zu tun, als wenn ihr es einfach wüsstet. Ja, genau. Hauen wir es einfach mal so raus. Genau. Und heute hat Jennifer Rush noch Geburtstag. Und was war das andere noch? Senegal und Mali. Senegal und Mali sind in die Vereinigten Staaten aufgenommen worden. Das Wissen könnt ihr weitergeben und könnt ihr angeben und angeben und angeben. Und morgen könnt ihr noch mehr Wissen bekommen, morgen zum 29. September. Ich sage Cheerio bis morgen. Cheerio, Miss Sophie, bis morgen. Tschüss. 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 Tschüss.